Wie schaffen wir es gemeinsam, dass Bosnien und Herzegowina ein Teil der Europäischen Union ist? Weil es uns beiden darum geht, dass wir die Staaten des Westbalkans, dass wir gemeinsam die Europäische Union und die Westbalker Staaten hier zu einem auf Augenhöhe und ernsthaften Dialog. Das heißt, es braucht Ehrlichkeit und die Beschreibung der Herausforderungen, dass wir eine Beobachtung für die Werte und der Werte zu beobachten. Es bedeutet, dass wir eine Beobachtung, dass wir eine Beobachtung der Werte, um die Werte und die Probleme mit der Werte, zu einer Verlustbeigen. Das ist die Situation, das ist, dass wir uns eine Beobachtung mit den Menschenreienste haben. um sich mit einer Pandemie zu verabschieden. Ausstrii war im ersten Teil, wo sie ein Werteben, In diesem Moment, wenn ich die größte, die in der Welt, die in der Welt, die sich selbstverständlich und sich selbstverständlich auf die Möglichkeit, dass man sich in den anderen Ländern, die sich in den anderen Ländern zu verabschieden. Es ist nicht normal, dass die Krise in der Ukraine rassen kann. Natürlich, mit dem Gespräch, die Krise in der Ukraine nicht mehr. Wir haben eine Beobachtung für die Zivilisation in der Ukraine, ihre Partnern, die in den Zivilisation der Ukraine in der Ukraine auszudrücken. Wir zahlen natürlich die Besorgnis bezüglich der Leidung von Zivilbevölkerung in der Ukraine, die auch der Anliegen und die Bewegung hat, dass diese Zivilbevölkerung anders waren.